Hi und willkommen zu einem weiteren Video von Gains Shortcut. Nach einigen Anfragen habe ich mich dazu entschlossen, heute mal ein Video über die Stats von meinem Zirkelmagier zu machen. Ich spiele mit einer Level 45er Einhandwaffe und als Buch habe ich den bissigen Folianten von Gorga. Das Rossan-Set ist komplett und für die, die es interessiert, die Schuhe habe ich bei Gorga bekommen, die Handschuhe bei Kalis und den Gürtel habe ich beim Vorarbeiter in Stahlgard bekommen, als ich mir dort den Dampfring holen wollte. So kann es kommen. Und wie ihr sehen könnt, ist noch längst nicht alles auf Level 50 abgegradet, geschweige denn auf 45. Glyphenfarben braucht seine Zeit. Kommen wir zu den eigentlichen Stats. Ich habe einen Grundschaden zwischen 552 und 615. Finde ich okay, dafür, dass ich keinen Cent investiert habe. Eine Angriffsgeschwindigkeit von 1,22 Angriffen pro Sekunde kann auf jeden Fall noch verbessert werden. Dann habe ich 5658 Leben, einen Rüstungswert von 1994, also fast 2000 und einen kritischen Schaden von 242%. Und zu guter Letzt haben wir hier meine Talentbäume, die ich jetzt einfach mal Kommentare stehen lasse. So, das war's auch schon. Ob die Werte so bleiben? Mit Sicherheit nicht. Bis zum nächsten Video von Games Shortcut. Bye! und bis zum nächsten video. Ich helfe bee. Bis zum nächsten Video. T brill. S inspectiona perform quaseください. Ich rup. T Nadle! We~~~~. going t war so stark.